Ich kann deine Termine am Montag, 26. März, um 14 Uhr beten. Guten Tag! Guten Tag, haben Sie einen Termin? Ja, ich heiße Angela Mülle. Wie ist das? Nein. Gut, haben Sie die Versichertenkarte? Ja. Danke, bitte warten Sie im Wartonzimmer. Vielen Dank. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Hals tut weh und ich habe Bauchschmerzen. Erbrechen Sie? Nein, aber mir geht es nicht gut. Ich möchte Sie gerne in der Zeit haben. Setzen Sie sich auf die Lüge zu mir erstellen. Kann ich, kann, kann Sie sich mit dem Rücken zu mir erstellen? Dann, ich möchte Sie über Wasser. 38,9, das ist leichtes Fieber. Sie müssen ein paar Tage im Bett bleiben. Ich schreibe Sie gerne. Brauche ich Medizin? Ja, die Halsschmerzentablette und die Bauchschmerzensirung. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.